Kennen Sie das auch? Sie wollten gerade ein Eis am Stiel essen und die obere Hälfte ist abgebrochen. Nun müssen Sie diese mit einem Löffel von einem Teller essen. Kennen Sie das auch, wenn Sie sich abends das Frühstück für den nächsten Tag vorbereitet haben und dann auf Arbeit sind und merken, dass Sie es zu Hause vergessen haben? Kennen Sie das? Sie müssen auf Toilette und es ist besetzt. Kennen Sie das auch, wenn andere Menschen viel größer sind als Sie und Sie nicht mit Ihnen vernünftig reden können? Kennen Sie das auch? Sie machen sich ein Butterbrot, das Butterbrot fällt runter und es fällt immer auf die Butterseite! Ja! 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 Oh nein! Ich muss schon weiter draußen wieder sein temperaturesen. Vielen Dank. Vielen Dank.